Lieber Zuschauer, bevor du dir dieses Video reinziehst, bitte ich dich, deine Augen zu schließen und darüber nachzudenken, wie sich ein vollkommen verschnupfter Junge anhören könnte, der Star Wars Battlefront 3 spielt und am Ausrasten ist. Und jetzt werde ich gleich erschossen von irgendwelchen Hurensöhnen. Als ob du es nicht im Missgeburt da direkt vor meinem Scheißding standest, ich hätte den Fall vernichtet. Ansonsten viel Spaß noch beim Video. Schalom an alle, hier ist wieder euer RaptorD, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront nach den Ferien. Quatsch, nicht nach den Ferien, wo bin ich denn schon? Nein, ich meine natürlich nach Weihnachten. So, genau. Und die hier in Star Wars Battlefront haben auf jeden Fall das, was wir nicht haben und zwar massenhaft Schnee. Okay, da mangelt es ja hier an allem Möglichen. Ja, ich habe mich richtig darüber aufgeregt, dass wir so wenig Schnee haben. Was wir noch weniger haben, sind gute Spieler, genauso wenig wie ich einer bin. Da, der Typ, der ballert schon wieder auf mich und der kann fliegen, aus welchen Gründen auch immer. Achso, das ist dieser Boba Fett. Okay, das war der andere Typ mit seiner Geilo-Waffe. Geilo X, das ist bestimmt ein Kev-Fan, Alter. Okay, da unten sind die AT-ATs, da gehe ich auf jeden Fall mal nicht hin. Ich sollte mal wieder anfangen zu punkten, bevor... Okay. Ja, ich sollte anfangen zu punkten, so rum. Da liegt ein kaputter AT-AT-AT-ST, so rum. AT-ST ist da kaputt. Da hinten ballert irgendwer. Volle Deckung, siehst du was? Oh, nee. Shit. Jetzt werfe ich die auch noch falsch. So, wir ziehen mal hier drauf. Oh, nee, lass mich doch in Ruhe. So, das hat Rums gemacht. Och, nee. Jetzt hat er mich mit einem Thermaldetonator gekriegt. Ich glaub's ja nicht. Ah, wenn man sich einmal zu sehr um die Fahrzeuge kümmert, ne? Um die Kampfläufer, dann funktioniert hier gar nix. Oh, shit. Das ist Turbo-Laser. Da hab ich ja gar keine Lust drauf, dass der mich fickt. Ah, der ist schon tot wieder. Schon wieder einer down. Ah, scheiße. Jetzt hab ich Mist gebaut. War klar. Kommt nix wegen. Du mit deinem Thermaldetonator. Du kleiner, hässlicher Vogel, ey. Hau bloß ab. Ich lieg schon wieder mit 3 im Rückstand und möchte hier aufräumen, was natürlich nicht geht. Ich lauf entweder, ich lauf einfach zu weit oder ich bin einfach nur scheiße in dem Game. Ich kann's schon nicht mehr genau definieren. Ja, jetzt werde ich auch noch von hier gefistet und da gefistet. Von überall werde ich gefistet. So, Nummer 1 ist down, von mir getötet. Arschloch. Entschuldigung. So, versuchen wir's nochmal. Die AT-ATs. Feuer frei auf den AT-AT. Ach Mist, deren Schilde sind schon wieder oben. Verfickte Scheiße. Ist ja blöd. Feuer frei auf diese AT-ATs. Okay, vielleicht lieber nicht. Gehen wir lieber mal in Deckung. Oh, du hässlicher X. Das war wieder so ein geiler Pilot, der einen auf aller Gagbar gemacht hat. Come on. Bitch, please. Das gibt's doch nicht. Das Alarmgeräusch ja immer. Hm. Was? Der erste ist schon down? Oh, fuck. Bitch, please. Bitch, please. Gibt's doch nicht. Na komm, jetzt hat's aber hier. Kann ich dich nicht nehmen? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Jetzt muss ich auch noch hier in den Höf rumlaufen und überall irgendwie rauskommen. Ich hab zu Weihnachten 5000 Cents bekommen. Quatsch, nicht 5000 Cents. Hallo? Nein, ich hab zu Weihnachten irgendwie hier 5000 Credits bekommen auf diesen Account. Warum, weiß ich auch nicht genau. Was ist denn hier los? Alles gut? Alles gut bei euch? Nee, nee, okay. What the fuck? Ich würde dich zerstören, du ATS-Team. Oh ja, klar. Du kommst an der Seite, wo ich gerade herkam. Als ob du da warst. Scheiße, Lan. Ich hasse es. Also ich krieg wieder nichts gebacken. Hau ab. Da vorne sind wieder Hurensöhne. Da sind wieder Hurensöhne. Und alles sind wieder Hurensöhne. Ich rück mich schon wieder zu viel auf, aber es ist halt scheiße. Weißt du, du... Jetzt hatte ich gerade Angst. Das darf wieder der nächste Laserbeschuss herkommen. Weißt du, alles ist rot. Das denke ich mir die ganze Zeit. Was ist hier? Ich hab ich ballert. Wer rum? Ist aber nicht so. Hier sind einfach nur... Hallo, ich bin's. Bitte keine Granaten auf mich werfen. Ja, ist ja gut, Jungs. Meine Fresse, ey. Ist ja alles gut. Lol. Die stehen da oben einfach drauf chillig. Und denken sich ein Shit dabei. Ha, der Typ hat mich einfach nicht richtig erwischt. Ist ein Wichser. So, den hab ich weggeflankt. Das war doch ein ordentlicher Snipeshot. Was steht ihr denn jetzt alle hier? Hallo, ich bin's. Ich darf hier sein. Die stehen einfach mit ihren Rocketpads auf dem AT-AT drauf. Aber die Granate hat mich gefetzt. Komm weg hier. Ich hab nur noch sechs Leben. Sperrfeuer, bitte. Ach, Mann, oh. Hätte dieser Thermaldetonator nicht eine Sekunde früher kommen können? Shit, ey. Ich bin immer noch ganz unten. Ich bin einfach zu scheiße hier. Da wird dauernd mit Granaten rumgeschmissen. Und hier auch. Und Allah. Bah, Mann. So, was willst du machen? Hier ist vorbei. Ich sag, ich bin hier. Gib mir diesen Blaster hier, weil ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich bin etwas... Oh, ja, gut. Dann leckt mich doch mit euren Granaten. Ey, ich geh jetzt nach Hause. Hier geht's nicht lang. Geil. Geil ist das. Geil ist das hier. Menschenskinder. Erz, wo du bist du? Ich geh weg. Mach mal Platz. Ja, geh mal du vor, damit ich weiß, ob die Luft rein ist. Wenn nicht, dann weiß ich das hier nicht. Kommt da wer? Oh, ja, da kommt sowas von wer, ey. Die Russen sind da, hat der Typ gerade gesagt, oder? Ich hab's gerade nicht richtig verstanden. Ich hätte schwören können, der hat das gesagt. Ich find's super lustig. Hm. Okay, da ist gleich einer. Da ist gleich einer. Da ist gleich einer. Da ist keiner. Äh. Du kleiner Sack, Alter. Als ob ich den verfehlt habe. Ja, tritt halt auf mich drauf. Ist halt scheißegal, ne? Ach, Mann. Warum? Es ist immer so... Alter, ist das scheiße. Ich hasse es. Oh, ja. Ja, jetzt weiß auch jeder, wo ich bin, weil ich so dämlich bin mit dem Tidy Rubenfeuerer. So ne Kacke. So, ich bewege mich jetzt hier rein. Da hinten ist ein AT-AT. Ja, was glaubst du, was halte ich auf den Ballerer? AT-AT beschädigt. Wow, aber die Abklingzeit von dem Teil. Shit. Die haben wieder ihre Schilder. Gleich bin ich tot. Weiß ich jetzt schon. Und hier sind immer noch keine Feinde, die ich irgendwie sonst abknallen könnte. Oh, ja. Jo, 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 jo. Hm, wow. Der hat den gerackt. Jetzt kommt auch noch der AT-ST und macht Fleischsalat. Und ich bin immer noch nicht geheilt. Jetzt hat aber... Gebe ich mir erstmal so einen Uplink hier rüber. Was haben wir denn hier? Thermal-Dingungs. Das wird bestimmt nicht funktionieren, so wie ich das will. Warte mal, vielleicht bekomme ich hier was Besseres. Ja, Truppenschild. Das ist sowas von besser, ey. Alter, wer schmeißt denn hier die ganze Zeit mit dieser blauen Kacke rum? Oh, jetzt habe ich auch noch die Konsole geöffnet. Ich passt, Alter. Oh, nein. Och, Manno, ich hasse diese Konsole, Mensch. Ich hasse alles. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Ey. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt habe ich auch noch mein anderes Teil ge... Oh, Junge. Geh weg, hau ab, Konsole. Ich brauche dich nicht. Verzieh dich. Aber keiner sagt einem, wie das geht. So, jetzt hat es funktioniert, Mann. So. Spaß, die, ey. Ich hasse sowas. Das ist einfach nur Scheiße. So. Station zerstört. Es gibt aber woher Punkte. Und das ist Darth Vader da hinten. Und was nicht alles. Und irgendwas ballert auf mich. Und irgendwer ballert auf mich. Und irgendwie habe ich keine Lust. Deshalb mache ich jetzt den hier. Ach, nee. Jetzt habe ich auch noch schön verfehlt. Nice. So muss das nämlich sein. Oh, shit. Shit. T-St hat mich voll erwischt. T-St hat mich voll erwischt. Ja, gut. Versuchen wir es halt nochmal. Ich meine, wir sind ja gleich eh fertig hier. Schmeiß deinen Thermalscheiße woanders hin, Junge. Das hat sowas für nichts gebracht. Oh, fucking shit. Where do you go, my friend? Where the fuck do you go? Alter, das ist die schlechte Skadee, die ich jemals hingelegt habe. Egal. Alles scheißegal. Renn da rein. Lass es einfach. Ich gebe hier Truppenschilder. Station hier reicht nicht. So, jetzt habe ich mich das erste Mal geschützt. Ja, komm, Junge. Ja, haha. Du denkst, du kommst hier einfach rein und kannst... Sag mal, was ist das? Ich glaube, ich sage einfach gar nichts mehr. Ich habe so die Schnauze voll von diesem Spiel. Das macht keinen Spaß hier. Das macht keinen Spaß hier. Was mache ich hier überhaupt? Warum spiele ich dieses Spiel noch? Für euch natürlich. Aber manchmal, das ist echt so kacke. Und jetzt habe ich so einen Teil genommen, mit dem ich keine Reichweite habe. Und alles kacke ist. Feind erfasst mich. Jo, ist ja... Ist ja cool. Cool bist du, du hässliger Bauer. Verpiss dich bloß. Und jetzt habe ich meinen Blaster nicht umgetauscht. Leck mich doch. Leck mich alle hier. Ich falle einfach auf den, weil ich Lust drauf habe. So, Truppenschild nächstes Jahr. Keine Ahnung, was es mir jetzt bringen soll. Ist mir auch vollkommen egal. Wie mich diese AT-ATs nicht platt machen. Was weiß ich. Egal, wenn der schießt, bin ich eh tot. Oh, meine miese Laune wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag, weil einfach nichts funktioniert. Vor allem, ich fühle mich, als wäre ich nur für den Abwasch da. Generell bin ich eh nur für den Abwasch da, aber trotzdem irgendwie alles scheiße. Meine Laune ist katastrophal. Und ich komme hier diesen Berg nicht hoch, weil meiner zu fett ist. Und jetzt habe ich eine Granate gesprissen, obwohl das nichts bringt. Und jetzt werde ich gleich erschossen von irgendwelchen Huchensöhnen. Als ob du ästliche Missgeburt da direkt vor meinem Scheißding standest. Ich hätte den voll vernichtet. Ich hätte den vernichtet, du Arschloch. Verpiss dich und komm nie wieder. Du fettes Stück Müll, Alter. Du hast meinen vierten Kill gekostet. Oh, Junge. Mein Hals ist so trocken wie ein Stück Scheiße, ey. Gott, hat jemand von euch schon mal versucht, wenn er krank ist, irgendwas zu machen? Das funktioniert nicht. So, AT-AT beschädigt. Lässt du mich in Ruhe, du kleiner Bastard? Da sind fünf Milliarden Leute, aber nein. Er muss genau auf mich zählen, weil er weiß, ich bin ein Hurensohn heute. Und ich kann immer noch nicht diese Reichweite hier erzielen. Ich brauche eine intelligente Rakete. Wenn das jetzt keine intelligente Rakete ist, nein, ist es natürlich nicht. Das ist irgendeine Scheiße. Ich kann das jetzt sofort schmeißen. Vielleicht treffe ich ihn ja trotzdem. Lol. Das hat ihn wieder perfekt. Alles klar. Okay. Okay. Zweit schlecht ist da. Nee, letzter. Oh Gott, das ist scheiß Willen, ey. Ja. Gut. Habe ich jetzt Dampf abgelassen? Nein, ich habe noch mehr Dampf angesammelt eigentlich. Eigentlich wollte ich heute ein Video machen, um Dampf abzulassen. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Jetzt, ähm, ja gut. Ich gehe erstmal in den Wald schreien. So viel weiß ich. Wieso so viel Bonuspunkte? Hallo? Was ist hier los? Lol. Woher kam... Ach so, Weihnachtsbon... Ja, klar. Ja, ähm, Rebellen habe ich jetzt keine Lust mehr. Generell 15 Minuten sind vorbei. Also Leute, diese Folge wird euch vielleicht nicht gefallen haben, wegen meiner Laune und wegen meinen Ausrösten. Aber Leute, es kommen gute Tage wieder. Und ich hoffe, ihr werdet bei diesen guten Tagen auch noch zu mir halten. Wir sehen uns dann das nächste Mal mal. Haut rein, lasst eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.